Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Irren ist menschlich, Irre sein irgendwie auch und vor allem bei mir kommen diese beiden Elemente auf eine ganz kreative Art und Weise zusammen, dass ich mir teilweise selber nur an den Kopf greifen kann und man denken kann, Zocchi, du bist manchmal ein echter Trautler. Erinnert mich eben beispielsweise daran, als TVP vor einiger Zeit den großartigen Hong Kong Action Streifen Killzone SPL mit Donnie Yen und Samo Hung veröffentlicht hat, in wirklich wunderschönen Media Books mit großartigen Cover Artworks und ich Depp einfach vergessen habe ihn zu bestellen. Und natürlich, es kam wie es kommen musste und der Titel war dann irgendwann einmal out of print. Und als jemand, der grundsätzlich eigentlich kein großer Fan davon ist, wenn einmal ausverkaufte Titel einfach neu aufgelegt waren, habe mich aber in diesem Fall wirklich wahnsinnig darüber gefreut, dass ein bereits ausverkaufter Titel einfach neu aufgelegt wurde. Denn so hatte ich die Möglichkeit mir ebenfalls ein schickes Media Book von Killzone SPL zuzulegen. Und das noch dazu mit einem recht schicken, wattierten Media Book. Dieses Mal hat man aber eben bei TVP nicht einfach eines der alten Motive verwendet, kann es sicher nicht, sondern hat ein neues Motiv anfertigen lassen. Das finde ich hier einfach großartig aussieht. Vor allem der Kerl, der da im Hintergrund ganz offensichtlich gerade R. Kelly's I believe I can fly nachmacht, während Sammo Hung oberkörperfrei mit einem richtig coolen Tattoo auf dem Rücken dasteht. Das sieht wirklich absolut großartig aus. Und vor allem mag ich bei diesem Design ganz besonders dieses Spiel mit den Farben. Ich mag die Art, wie Sammo Hungs Körper irgendwie in dem roten Licht von links und blauen Licht von rechts erstrahlt und dadurch irgendwie wirklich alleine nach vorne gehoben wird, wie das Blut von seinen Händen läuft und der Hintergrund dann aber in so einem dezenten, kalten, blitzenden, grellen Blau erleuchtet. Das ist irgendwie ein sehr geschicktes Farbspiel, das dieses Cover-Artwork wirklich wahnsinnig interessant macht. Insbesondere, weil man sich dann bei TVP eben auch noch die Mühe gemacht hat, alleine den Titelschriftzug hier oben wundervoll zu veredeln, der nämlich dann noch in kräftigem Rot geschrieben mit dem englischsprachigen internationalen Titel hier mit dem Silberfoliendruck drinnen. Das wirkt extrem edel und dazu dann natürlich eben noch dieses Lederfinish, diese Lederhaptik. Das ist phänomenal. Dazu kommt dann eben auch noch das, wie auf dem Backcover im TVP-Design natürlich wie gewohnt die Inhaltsangabe zum Film bekommen. Wir bekommen ein paar weitere Bilder aus dem Film, ein paar Details zu diesem Release, ebenso wie zum Beispiel die Info, dass dieses neue wartierte Mediabook auf 500 Stück limitiert ist und dass es sich eben wieder um eine DVD plus Blu-Ray-Kombo mit ein bisschen einem Bonusmaterial handelt. Aber ganz besonders spannend übrigens und ganz besonders freuen tue ich mich da auf die neu produzierten und exklusiven Audiokommentare, unter anderem eben einer von TVP persönlich. Dazu schauen wir dann einmal gleich ins Innere von dem Mediabook. Auch da finde ich es wirklich wahnsinnig cool, was für einen genialen Stil TVP bei ihren Diskdesigns hat. Eben in dem Fall die Blu-Ray in so einer Schwarz-Weiß-Optik gehalten mit einem wirklich cool gezeichneten Design und Look. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und dann haben wir auf der DVD grundsätzlich ein in Rot gehaltenes Design, so in Rot-Weiß, was finde ich ebenfalls recht ansprechend ist, nur mit dem TVP-Logo quasi als einziger blauer Farbfleck. Und dann, schauen wir mal eben ins Innere, da bekommen wir hier ein ebenfalls recht geschicktes Design. Wir sehen hier quasi ganz dezent, wie diese beiden Motive, die hier auf der linken und auf der rechten Seite unterhalb der Disk sind, schön zusammengefügt wurden und zusammen verlaufen, weil es sich hier grundsätzlich um zwei verschiedene Motive handelt, aber man sich eben bemüht hat, dass das Ganze trotzdem nach einem durchgehenden Innendesign aussieht, was ich relativ cool finde. Samo Hungs Rücken, den wir bereits eben auf dem Frontcover genießen konnten, sehen wir dann hier auf dem Backcover von Booklet ebenfalls noch. Aber da, wie gesagt, noch einmal wie großartig und kräftig das hier auf dem Frontcover ausschaut. Das finde ich immer noch eigentlich genial und obwohl ich zwar grundsätzlich das zum Beispiel das Ralf Krause Motiv von den alten Mediabooks ziemlich schön fand, bin ich mir eigentlich nicht fast nicht ganz sicher, ob ich nicht dieses Cover-Artwork noch besser finde, als die, die sie damals bei den ersten Mediabooks angeboten haben. Das ist cool. Außerdem schauen wir dann einmal durch das Booklet. Da finden wir natürlich wieder ein paar Bilder aus dem Film. Wir haben eben das typische TVP-Booklet-Design, das hier sehr schön adaptiert wurde mit einigen wirklich actionreichen Bildern aus dem Film, die mir ebenfalls sehr, sehr gut gefallen, mit sogar ein paar Behind-the-Scenes-Fotos, wo wir einen kleinen Einblick eben in die Dreharbeiten und in die Produktion des Films bekommen können. Ein unglaublich geniales Bild von Samo Hung. Und das Ganze ist hier wirklich richtig cool gestaltet, richtig cool aufbereitet. Es ist ja mittlerweile auch schon fast 15 Jahre wahrscheinlich wieder her, seit ich den Film eben damals gesehen habe nach seinem deutschen DVD-Start von Ascot Elite. Und ich glaube, es wird wirklich einmal wieder Zeit, sich diesen Action-Kracher reinzuziehen. Das ist ein cooles Ding, ein cooler Release und ein Film, auf den ich mich jetzt wirklich wieder einmal freue. Vielen Dank.